Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um ein ganz anderes Thema. Zu Anfang habe ich mich in meinem Kanal, wie ihr bestimmt wisst, mit dem Thema Herkunftsfrage beschäftigt, beziehungsweise ob diese denn durch die Evolutionstheorie oder durch eine materialistische Grundannahme überhaupt beantwortet werden kann. Kurze Antwort, nein, überhaupt nicht. Nicht einmal ansatzweise und das trotzdem, dass ihr mit diesem Zeug andauernd in der Schule zugebombt wurdet oder werdet. Ich verlinke hier auf die Playlist. Wenn euch interessiert, wie ich diese Begründung behaupte, schaut euch bitte meine Videos an. Und dann, wenn ich zu dem Schluss komme, es muss einen Gott geben, dann will ich natürlich auch wissen, welcher von den zur Verfügung stehenden Gottheiten, denn davon gibt es ja wahrlich in den Religionen und Ideologien nicht zu wenige, ist denn überhaupt für unsere Herkunft verantwortlich. Ich bin überzeugt, dass dies der biblische Gott ist und denke, dass man das auch beweisen kann. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie ich das bitte schön beweisen will. Wenn ich sage, der Schöpfer ist der Gott der Bibel, dann müsste ich ja beweisen können, dass die Bibel zuverlässig ist. Um das zu belegen, müssen wir uns aber erstmal mit der Bibel beschäftigen. Und genauso wie ich versuchen werde, die Authentizität der Bibel nachzuweisen, genauso versuchen Gegner natürlich, die Bibel auch genau da anzugreifen, an der historischen Glaubwürdigkeit. Wenn diese in Misskredit gezogen werden kann, kann das Konzept Bibel als Ganzes natürlich gekippt werden. Ihr habt bestimmt schon oft so amerikanische Serien gesehen oder Filme, in denen Gerichtsprozesse beschrieben werden. Und da gibt es ja diese Geschworenen. Und da versuchen die Gerichtsparteien immer das Gleiche zu machen, die Glaubwürdigkeit der jeweiligen Zeugen, des Gegners zu beschädigen. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Mich regt dabei jedenfalls immer auf, dass es bei so einem Prozess gar nicht um die Wahrheit geht oder vielleicht geht es vorgeschoben um die Wahrheit. Aber am Ende geht es immer darum, dass die Geschworenen von etwas überzeugt werden sollen. Weil nur so kann ein gerichtlicher Erfolg garantiert werden und die Wahrheit spielt dann irgendwie nur eine untergeordnete Rolle. Und wenn wir beim Thema Gerichtsprozess sind, ich weiß nicht, ob ihr jemals in sowas involviert wart, hoffentlich nicht. Aber wenn nicht, dann empfehle ich euch trotzdem, euch mal so eine Gerichtsakte anzuschauen. Oder mal bei so einem öffentlichen Prozess beizuwohnen. Und dabei ist es ziemlich egal, was für ein Prozess das überhaupt ist. Aber worauf ich hinaus will, wenn man da die Darstellung der einen Seite sich anguckt oder in der Gerichtsakte durchliest, dann werdet ihr sehen, dass das total einseitig dargestellt ist und deshalb auch erstmal extrem überzeugend. Weil die eine Seite verwendet jeweils immer nur ihre eigenen Argumente. Die wird natürlich niemals Argumente der Gegenseite darstellen. Also ihr hört dort eine Darstellung von einer völlig einseitigen Welt. Und erst, wenn man die Stellungnahme der anderen Seite liest, kann man sich ein echtes Bild machen. Und dann kann sich sogar das Bild komplett anders darstellen. Und so ist es leider auch mit der Bibel. Heute zum Beispiel ist es modern, die Bibel zu kritisieren oder zu widerlegen. Und leider bekommt ihr von den Meinungsbildnern heutzutage auch immer nur eine Seite serviert. Und hier möchte ich die anderen Seiten darstellen. Also ich möchte gerne die Bibel verteidigen gegen ihre Ankläger. Die Bibel ist kein in sich abgeschlossenes Buch, sondern eine Sammlung von Büchern und Schriften von sehr wichtigen Personen im Judentum. Alle Autoren der Bibel waren zum Beispiel Israeliten. Selbst alle Autoren des Neuen Testaments waren ausschließlich Juden. Und die Bücher des Alten Testaments wurden oder werden sowohl von den Juden als auch von den Christen als heilige Schriften als inspiriertes Wort Gottes bezeichnet und wurden ganz besonders bewahrt und sorgfältig über die Jahrhunderte kopiert. Wichtig ist es dabei zu verstehen, dass in den heiligen Schriften Prophezeiungen auf das Kommen eines Messias, eines Erlöses, enthalten sind. Also ich meine die heiligen Schriften des Alten Testaments. Und vor ziemlich genau 2000 Jahren kam ein Jude auf die Weltbühne, von dem eine kleine Gruppe Juden geglaubt haben, er sei genau dieser Messias gewesen. Und das war Jesus von Nazareth. Und Jesus hat diesen Glauben auch bestätigt. Er hat sich selbst als Messias und sogar als Sohn Gottes bezeichnet. Jesus meinte, er sei mit dem Schöpfer eins und habe bereits vor Erschaffung der Welt existiert. So, und die Juden, die Jesus gefolgt waren, also seine Studenten oder auch Jünger genannt, haben jetzt Berichte über sein Leben verfasst, haben Kirchengemeinden gegründet und haben selbst Briefe verfasst an diese Gemeinden. Und in diesen Briefen haben sie die Lehre Jesus erklärt. Und neben diesen Jüngern von Jesus, die wurden übrigens auch Apostel genannt, haben noch Paulus und zwei andere Autoren Bücher des Neuen Testaments verfasst. Die zwei anderen Autoren, das waren Markus und Lukas, das waren zwei, die jeweils Berichte, also Biografien über das Leben Jesus verfasst haben. Heute soll es hauptsächlich um diese Biografien gehen. Die haben nämlich auch den Namen Evangelien, was übersetzt so viel heißt wie gute Nachrichten. Kommen wir aber nochmal zurück zur Bibel und zu der Frage, womit sich überhaupt der Inhalt der Bibel beschäftigt. Die Bibel besteht ungefähr zur Hälfte aus Geschichtsschreibung, zu einem Viertel aus Prophezeiung. Und der Rest, das sind Gesetze und Poesie. Poesie, das sind zum Beispiel Lieder, Gedichte oder Weisheiten. Und bei den Gesetzen ist zumindest bemerkenswert, dass unser heutiges Moral- und Rechtssystem, und das übrigens nicht nur in der abendländischen Welt, auf den biblischen Gesetzen basiert. Wenn ich aber eine Beweisführung durchführen möchte, dann kann ich das schlecht mit Gesetzen oder Poesie machen. Aber ich kann das zum Beispiel mit Prophetie machen. Und wenn da nur Quatsch drin stehen würde, also es werden Dinge prophezeit, die sich aber nicht ereignet haben oder die sich schwer ereignen können, dann kann der Autor der Prophezeiung kaum von Gott inspiriert worden sein. Das hört sich plausibel an. Aber auf der anderen Seite soll es tatsächlich stimmen, dass Prophezeiungen eingetroffen sind. Ich denke, das wäre schon ein ziemlich krasser Beweis, dass da irgendetwas Göttliches dran ist. Und die Beweisführung zu diesem Thema, Prophetie, habe ich schon in einigen Videos begonnen. Ich verlinke hier einmal zu meiner Playlist zu diesem Thema. Dort weise ich anhand historischer und auch aktueller Begebenheiten nach, dass große weltgeschichtliche Ereignisse im Detail vorher in der Bibel aufgeschrieben waren. Wenn ihr es nicht glaubt, guckt euch diese Videos an und macht euch euer eigenes Bild. Jetzt in diesem Video möchte ich eine weitere Beweisführungskette anfangen. Das wird auch nicht das einzige Video zu diesem Thema sein. Und zwar möchte ich mit den zur Verfügung stehenden Mitteln beweisen, dass die Geschichtsschreibung der Heiligen Schrift, also der Bibel, authentisch ist. Ja, also nochmal, die Hälfte der Bibel besteht aus Geschichtsschreibung. Und ich glaube, dass die Bibel diese wahrheitsgemäß wiedergibt, was tatsächlich geschehen ist. Und ich möchte in meinen Videos erst mit dem jüngsten Teil der Bibel, also dem Neuen Testament, anfangen. Um genauer zu sein, heute mit den vier Evangelien. Und wenn wir uns nun diesen Evangelien zu widmen, also diesen Berichten über das Leben von Jesus, dann ist das deshalb so extrem wichtig, dass diese zuverlässig sind. Weil dort wird berichtet, dass Jesus so ziemlich krasse Dinger gemacht hat. Zum Beispiel hat er laut den Evangelien einen Mann namens Lazarus, der bereits über drei Tage tot in seinem Grab lag und bereits gestunken hat. Also die Verwesung hat bereits eingesetzt. Diesen Lazarus hat Jesus laut den Berichten zum Leben erweckt. Und das hört sich fies abgefahren an. Aber Leute, suchen wir hier nicht den Schöpfer der Welt? Was ist das denn bitteschön für eine Aufgabe für den Schöpfer? Einen Toten zum Leben zu erwecken, also etwas Kaputtes zu reparieren. Im Vergleich dazu mit der kompletten Schöpfung der Welt. Also wenn er die ganze Welt gemacht hat, uns alle in unserer ganzen Pracht, dann war das Reparieren eines Körpers wohl für den Schöpfer ein Fingerschnipsen. Und weil das so krass ist, was da steht, wenn also Jesus das tatsächlich vollbracht hat, dann kann es wirklich wahr sein, dass er auch der Schöpfer, der Baumeister der Welt war. Und ich glaube das. Ich bin unerschütterlich davon überzeugt, dass es genau so war. Also das wissenschaftliche Fach, das untersucht, ob die Bibel authentisch ist, heißt historische Textkritik. Und die Gegner der Bibel nennen sich, um sich einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben, liberale Textkritiker. Im Gegensatz dazu nennt man dann die Befürworter der Bibel konservative Textkritiker. Das hört sich dann so an, nach dem Motto, die glauben dann der katholischen Tradition, das sind konservative alte Böcke, und die Liberalen, das sind dann die, die endlich Licht in das Dunkel bringen. Ich möchte hiervon einfach Abstand nehmen und versuchen, einen objektiven Blick auf die historischen Fakten zu ermöglichen. Ich bin also ein konservativer Textkritiker, aber nicht, weil ich den Papst in Rom oder irgendeinem evangelischen Bischof alles abkaufe, sondern weil ich mich selbst mit der Materie in der Tiefe auseinandergesetzt habe und ehrlich für mich zu dem Schluss gekommen bin, dass das so und einfach nur so Sinn machen kann. Aber diese Entscheidung überlasse ich natürlich euch. Ich versuche nur, einen anderen Blickwinkel für euch zu bieten, damit ihr eine echte und fundierte Entscheidung am Ende für euch selbst treffen könnt. Ich möchte im Grunde die Vorgehensweise der Bibelfeinde entlarven. Und zwar deshalb, weil diese Menschen auch hier wieder, genau wie bei den Evolutionstheoretikern, ideologisch und nicht wissenschaftlich arbeiten. Also es werden Dinge einfach unter den Tisch fallen gelassen, weggeschwiegen, völlig unhistorische und unlogische Denkexperimente angestellt. Und das alles nur, um ja nicht in die Gefahr zu kommen, es könnte einen Gott geben. Und diese Bibelfeinde sind leider auch sehr erfolgreich damit, auch wieder genau wie die Evolutionstheoretiker, ihre Theorien unter die Bevölkerung zu bringen. Einfach, weil leider die Meinungsbildner, also die Medien, Fernsehen, Zeitungen, Magazine etc. erfüllungsgehilfen sind. Wie ich vorhin erklärt habe, sind das die Ankläger der Bibel und ich will die Verteidigung aufbauen. Wenn ich euch also einige Behauptungen jetzt aufzähle, dann wird sich das für euch bestimmt so anfühlen, als ob das bereichsbewiesene Fakten sind. Und da haben sie euch, genau da haben sie euch gekriegt, die Parallelen zur Evolutionstheorie und zu jedem Gerichtsprozess sind da wirklich krass. Also, wenn man etwas in Misskredit bringen will, dann geht man erstmal so vor, dass erstmal alles pauschal angezweifelt wird. Heute scheint das zum Beispiel ausgemacht zu sein, dass wenn es um die Bibel im Allgemeinen geht, und hier im Speziellen um die Evangelien, das angezweifelt wird, dass die Verfasser, also Autoren, nicht die Personen waren, die der Text vorgibt, dass die ursprünglichen Evangelien anonym waren oder die Abfassungszeit war viel später, als die Autoren das behauptet hatten, die hätten ja dann gar nicht mehr gelebt und sowieso war das viel zu lange nach den Ereignissen, um diese Ereignisse genau darzustellen. Und genauso, wenn ihr ehrlich seid, fühlt sich das doch für euch an, wenn ihr heute über die Evangelien oder über die Bibel nachdenkt. Oder? Und heute will ich genau diese drei Fragen beantworten. Erstens, waren die ursprünglichen Evangelien anonym? Zweitens, wer waren die Verfasser der Evangelien? Und drittens, wann war die Abfassungszeit? Und war das nicht viel zu lange nach den tatsächlichen Ereignissen? Und wie immer habe ich die Punkte nicht selbst erforscht, sondern in diesem Fall war das Prant Pitter, Professor an der University of Notre Dame in New Orleans. Der hat seine Forschungsergebnisse in dem Buch The Case for Jesus veröffentlicht. Das habe ich gelesen und kann ich auch sehr empfehlen. Ist leider auf Englisch. Sieht so aus und fangen wir mit dem ersten Punkt an, ob die Evangelien ursprünglich anonym waren. Diese Behauptung, die stammt hauptsächlich von einem gewissen Bart Ehrmann. Der sagt, dass die Evangelien ohne irgendeinen Titel veröffentlicht wurden. Also quasi Texte ohne Überschrift. Dann sind diese 100 Jahre zirkuliert, diese Texte, und dann haben irgendwelche Leute den Namen gegeben. Und die Begründung von Ehrmann, warum man sich denn jetzt dazu durchgerungen hatte, den Texten dann doch Autoren zuzuordnen, ist, dass diese ganz dringend Autorität gebraucht hätten. Deshalb hat man sich dann berühmte Personen genommen und hat sie oben auf die Texte aufgeschrieben. Im Endeffekt behauptet Ehrmann, dass es hier um Fälschungen handelt. Und aus diesen Annahmen kann man dann schlussfolgern so Ehrmann, dass die Evangelien eben gar nicht von Augenzeugen geschrieben wurden. Viel eher seien diese dann Endprodukte einer langen Kette von Schriften von unbekannten Erzählern, die selbst auch keine Augenzeugen von Jesus waren und auch nie einen getroffen hätten. Und der Wahrheitsgehalt ist dann eher legendenhaft einzuordnen. Sowas wie das Ergebnis von Stille Post kennt jeder vom Kindergeburtstag. Also das ist kurz zusammengefasst die Theorie von den anonymen Evangelien. Aber zerlegen wir das mal Stück für Stück. Erstmal stellt sich die Frage, ob es denn andere antike Biografien gibt. Und ob diese auch anonym waren. Also so nach dem Motto, vielleicht war das damals eine Mode. Aber leider wird man da nicht fündig. Denn damals wie heute schreiben Autoren gerne ihre Namen auf ihre Arbeiten. Denn es steckt ja unheimlich viel Arbeit in so einem Buch. Damals noch viel mehr als heute. Nicht jeder konnte zum Beispiel damals schreiben. Pergament und Tinte waren sehr teuer. Also ein Buch zu schreiben ist heute schon ein ziemlich großes Projekt. Aber in der Antike war das ein ungeheures Unterfangen. Und dann sollen diejenigen, die sich die Arbeit gemacht hatten, darauf verzichten als Autoren genannt zu werden? Ist zumindest unwahrscheinlich. Kommen wir zu diesem anderen Punkt mit der dringend benötigten Autorität. Vielleicht sollte man erstmal verstehen, wie das damals gewesen ist. Und sich ein bisschen in die Zeit reinversetzen. Vier Jahrhunderte, also 400 Jahre nach Christi Geburt. War es illegal, die Lehre von Jesus anzunehmen. Und geschweige denn, diese zu verbreiten. Und wenn man dabei erwischt wurde, dann hieß das nicht Gefängnis oder Bewährung oder so. Oder auf die Finger hauen. Nein. Wenn man damals erwischt wurde, dann hieß das qualvoller Tod. Und so qualvoll, dass man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Die Urchristen, die wurden erst brutals gefoltert, dann verbrannt, gehäutert, gematert oder wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Also den Römern, denen hat es dabei an keiner Kreativität gefehlt, wie man dieses Vergehen bestraft. Und wenn dann jemand sich dazu entschieden hat, Christ zu werden, dann bestimmt nicht, weil auf den Evangelien Matthäus, Markus oder Lukas draufgeschrieben war. Damals war es lebensgefährlich, Christ zu sein oder auch nur jemanden zu kennen. Und die hatten ganz andere Probleme als Namen auf den Evangelien. Und trotzdem hat das Christentum floriert und sich ausgebreitet und zwar unaufhaltsam. Und die nächste Frage, die man sich stellen muss, ist, wenn man sich schon einen Namen für die anonymen Texte ausdenkt, warum bitte schön Lukas oder Markus? Das waren zwei völlig unbekannte Gestalten. Alle beiden kommen mit keiner einzigen Geschichte vor, die die Evangelien erzählen. Außer natürlich, dass sie am Anfang erklären, wer sie sind und warum sie diese Texte geschrieben haben. Aber danach keine einzige Erwähnung mehr. Und das Krasseste, die waren noch nicht mal Augenzeugen. Und erzählen das am Anfang auch ganz offen. Und wenn es jetzt so wichtig war, Autorität zu erlangen, so wie Ermann das sagt, und wenn wirklich ein Fälschungswille da war, warum hat man da nicht andere Jünger draufgeschrieben? Petrus zum Beispiel. Der hätte sich am allerbesten angeboten. Oder Andreas oder Jakobus. Also, wenn man das logisch hinterfragt, und das will ich mit euch hier machen, und versetze ich in die Zeit damals, dann ist es unheimlich schwer vorstellbar, dass die Theorie von den anonymen Schriften realistisch sein kann. Aber kommen wir mal zu den harten Fakten. Schauen wir mal auf die Daten, die vorliegen. Die Daten, die vorliegen, das sind Manuskripte. Und dazu ist es wichtig zu wissen, dass die Evangelien die am besten dokumentierten Berichte aus der Antike sind. Und wenn ich von der Antike rede, dann meine ich die Zeitepoche, die ca. 500 v. Chr. begonnen hat und bis ca. 400 n. Chr. gedauert hat. Keine anderen Dokumente aus dieser Epoche, aus der Antike, wurden annähernd so oft kopiert wie die Evangelien. Und daher liegen heute von keinem anderen antiken Dokument zahlenmäßig mehr Manuskripte vor. Die ältesten Manuskripte der Evangelien, die heute noch existieren, sind bereits aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. Also es gibt ein Schnipsel, zwei Schnipsel, die sogar aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. stammen. Eins sogar, da gehe ich später drauf, vor 70 n. Chr. Aber das sind halt keine kompletten Evangelien. Ich rede jetzt hier von kompletten Manuskripten, die kompletten Evangelien enthalten. Diese bereits aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. Selbst das, also das 2. Jahrhundert ist 100 bis 200 n. Chr. Selbst das waren nur Jahrzehnte von den Verfassungszeiten der originalen Urschriften entfernt. Die allerältesten Manuskripte, die werden heute Papyri genannt. Und das sind z.B. aus dem 2. Jahrhundert das Papyrus 4. Das enthält das Matthäus-Evangelium, das Papyrus 66, das enthält das Johannes-Evangelium, das Papyrus 75, das enthält zwei Evangelien, das Johannes- und das Lukas-Evangelium. Und insgesamt gibt es aus dem 2. bis 5. Jahrhundert 27 Manuskripte, die die vollständigen Evangelien beinhalten. Und jetzt stellt sich die Frage, wie viele davon waren anonym? Also ohne Überschrift mit dem jeweiligen Namen oben drauf. Die Antwort ist ziemlich einfach, kein einziges. In jedem Manuskript steht oben drüber Evangelium nach Lukas, Evangelium nach Markus, Evangelium nach Matthäus oder Evangelium nach Johannes. Das heißt, für die Behauptung, die Evangelien seien ursprünglich anonym gewesen, gibt es nicht einen einzigen Hinweis. Diese Behauptung ist völlig aus der Luft gegriffen, ohne irgendwelche Substanz. Aber hört sich natürlich erstmal schlau an. Und völlig wirr wird das jetzt, wenn wir Folgendes bedenken. Stellt euch vor, ein Buch zirkuliert 100 Jahre lang im Römischen Reich. Das Römische Reich war damals ein Weltreich. Das heißt, die komplette bekannte Welt, Afrika, der Mittlere Osten, ganz Europa, bis nach Indien. Und wenn ich von zirkulieren rede, dann meine ich nicht, einer liest das und leiht das dann seinem Freund aus und das geht dann so auf die Reise. Nein, das Buch wurde immer und immer wieder kopiert. Und jetzt stellt euch vor, das Evangelium von Matthäus zum Beispiel war ursprünglich das Evangelium von niemandem. Und dieses Buch wurde kopiert und wieder kopiert und zirkuliert und wandert durch das Reich über 100 Jahre. Und dasselbe auch mit dem Evangelium von Markus. Das hieß im Übrigen dann im Original auch Evangelium von niemandem. Vielleicht das andere Evangelium. Keine Ahnung. Aber jetzt gibt es ja noch zwei weitere Evangelien, die genauso hießen. Und die wurden dann immer genauso, immer und immer wieder kopiert, 100 Jahre lang und sind so von einem Ort zum anderen gelangt. Und dann irgendwann im zweiten Jahrhundert, nach Christus, wurde angefangen, den neuen Kopien Namen zu geben. Und zufällig haben dann alle neuen Kopierer überall die korrekten Namen drauf getan. Und das, obwohl die Bücher schon zu dieser Zeit nachweislich im gesamten Reich verbreitet waren. In Jerusalem, in Ägypten, in Afrika, ganz viele in Ägypten, in Rom, in Frankreich und so weiter. Woher wussten die unbekannten Schriftkopierer, und zwar auf der ganzen Welt, welchen Titel sie ab jetzt auf die Bücher schreiben sollten? Wie haben die kommuniziert? Und das noch zu einem Thema oder einer Lehre, die verboten war. Also Todesstrafe. Und dann kommt noch dazu, dass wahrscheinlich in allen Kirchengemeinden weltweit nicht nur jeweils ein Evangelium vorhanden war, sondern wahrscheinlich alle vier. Und wie bitteschön wurden die auseinandergehalten. Wenn die Theorie stimmen würde, dass die Evangelien ursprünglich anonym verfasst worden sind und später wurden Namen hinzugefügt, dann würden die Daten, also die gefundenen Manuskripte, ein ganz anderes Bild erzählen. Und ich erzähle euch jetzt genau welches. Denn tatsächlich gibt es ein Buch im Neuen Testament, beziehungsweise einen Brief, der wirklich anonym ist. Und das ist der Brief an die Hebräer. Im Text von diesem Brief findet sich kein Hinweis auf einen Verfasser und es wird auch keine Verfasserschaft beansprucht. Ja, also was passiert jetzt bei diesem wirklich anonymen Buch? Und das älteste Manuskript, das man vom Hebräerbrief heute hat, ist der Papyrus 64. Und der ist auch aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Und dieses Manuskript ist anonym. Also ohne Verfasser in der Überschrift. Da steht nur Brief an die Hebräer obendrauf. Die weiteren Manuskripte, die es gibt bis zum 4. Jahrhundert, die sind ebenfalls anonym. Und dann im 5. Jahrhundert gibt es auf einmal ein Manuskript, das hat eine Überschrift an die Hebräer geschrieben aus Rom. Im 10. Jahrhundert auf einmal gibt es dann eins, da steht drauf, an die Hebräer geschrieben aus Italien von Timotheus. Und im 11. Jahrhundert gibt es auf einmal eins mit der Überschrift an die Hebräer geschrieben aus Rom von Paulus. Also hier sieht man, was wirklich mit echten anonymen Schriften passiert. Und wissen wir heute mit Sicherheit, wer den Hebräerbrief geschrieben hat? Nein. Wussten das die Kirchenväter? Ebenfalls nein. Origen aus Alexandria zum Beispiel, der hat im späten 2. Jahrhundert auf die Frage, wer denn diesen Brief verfasst hätte, geantwortet, das wisse nur Gott. Und der Schreit hat über die Jahrhunderte bis heute angedauert. Also, bei wirklich anonymen Schriften finden wir anonyme Manuskripte, Widersprüche, Verfasser und Streit. Und das alles gibt es in den 4 Evangelien gerade nicht. Und wir können das jetzt auch hier beenden. Aus meiner Sicht ist das völliger Nonsens zu behaupten, die Evangelien seien ursprünglich anonym verfasst worden. Haben wir damit bewiesen, dass die Berichte wahrheitsgemäß sind, haben wir natürlich nicht bewiesen. Aber wir haben zumindest einen Versuch abgewehrt, sie in Misskredit zu bringen. Das hätte das Vertrauen zumindest erheblich reduziert. Und wir können feststellen, dass die Evangelien selbst in der Urfassung dieselben Titel obendrauf hatten wir heute. Gehen wir zu dem zweiten Punkt, den ich heute mit euch untersuchen wollte. Wer waren denn die Verfasser der 4 Evangelien? Beziehungsweise waren das tatsächlich die Personen, die obendrauf stehen? Oder die im Text angegeben wurden? Vielleicht stellen wir uns erstmal die Frage, wie findet man überhaupt heraus, wer ein Buch geschrieben hat? Und das können wir mal anhand einer modernen Biografie von Jesus versuchen. Hier das Buch Jesus von Nazareth. Da steht obendrauf, dass der Papst Benedikt, der 16. das Ding geschrieben hat. Und wenn man da reinschaut, dann kann man zum Beispiel im Vorwort oder im Nachwort Hinweise auf die Verfasserschaft schließen. Zum Beispiel, wenn da drin steht, so nach dem Motto, ich, Josef Ratzinger oder der Papst Benedikt, habe dieses Buch geschrieben. Und das nennt man dann interne Evidenz, also ein Beleg für die Verfasserschaft aus dem Buch selbst. Aber das kann man natürlich fälschen. Jeder kann ein Buch schreiben, kann da Quatsch reinschreiben. Ist klar. Aber wir gucken jetzt mal auf die externe Evidenz. Also was haben zum Beispiel Zeitgenossen von Josef Ratzinger dazu gesagt? Also die Leute, die zur gleichen Zeit gelebt haben oder sehr kurz danach, die, falls der Autor gestorben war, die noch Leute kannten, die den Autor zu Lebzeiten kannten. Und die Frage ist, gibt es Streit darüber, dass Josef Ratzinger wirklich dieses Buch geschrieben hat? Nein. Es findet sich kein einziger Mensch auf der Welt, der irgendetwas anderes behauptet. Im Gegenteil, es gibt Rezessionen, Berichte etc., die alle bestätigen oder davon ausgehen, dass der Autor der Papst war. Also an diesem Beispiel sehen wir, wenn interne und externe Evidenz übereinstimmen, dann wiegt das ziemlich schwer. Ja, wissenschaftlich kann man das dann im Grunde nicht widerlegen. Zumindest wäre es unwissenschaftlich, in einer Situation, in der internen und externen Evidenz übereinstimmen, irgendetwas Gegendläufiges zu behaupten. Hier wird es leider so gemacht. Weil wenn wir dieses Prinzip auf die Evangelien anwenden und gucken zuerst mal auf die interne Evidenz, dann ist ja das erste, was ins Auge sticht, der jeweilige Titel. Und wenn wir uns jetzt das erste Evangelium mal anschauen, was steht da drauf? Evangelion kata Matthajon. Stellt sich noch die Frage, wer ist dieser Matthajon? Oder Matthäus, wie wir ihn heute nennen. Und im Text bekommen wir dann Aufschluss darüber. Das ist ein Steuereintreiber, der sich Jesus als Jünger auf dessen Aufforderung hin angeschlossen hat und später in den inneren Kreis von Jesus aufgerückt ist. Was wir auch wissen, ist, dass Matthäus einer der wenigen Jünger war, wenn nicht der Einzige, der lesen und schreiben konnte. Denn damals war es eher unüblich, kein Analphabet zu sein. Aber als römischer Beamter muss er in der Lage gewesen sein, zu lesen und zu schreiben. Wenn jemand aber damals Analphabet war, dann heißt das übrigens im Umkehrschluss nicht, dass er dann kein Buch verfassen konnte. Damals gab es nämlich den Beruf des Schreibers. Und diese Leute, die wurden dann extra angeheuert, um für jemanden zu schreiben. Und das war gängige Praxis. Es war sogar so, dass jemand, sogar wenn er schreiben konnte, sein Buch nicht selbst geschrieben hatte, sondern dafür einen Schreiber engagiert hat. Das sehen wir zum Beispiel am Beispiel von Paulus. Der konnte schreiben, hat aber seine Briefe von Mitarbeitern verfassen lassen. Aber der Vorteil, den Matthäus natürlich hier hatte, als jemand, der da mal schreiben konnte, war, dass er tatsächlich Mitschriften hätte anfertigen können, als er Jesus reden hörte, als er sein Student war. Wenn wir uns Markus und Lukas anschauen, dann waren das beides keine Jünger von Jesus und auch keine sonstigen Augenzeugen. Lukas hat das auch explizit so im Prolog seines Buches beschrieben. Lukas war vom Beruf Arzt und schrieb das Evangelium im Auftrag eines Auftraggebers mit dem Namen Theophilus. Den begrüßt er auch am Anfang von seinem Bericht. Und Lukas beschreibt, dass zum Zeitpunkt seines Verfassens bereits mehrere schriftliche Berichte über das Leben Jesus bereits existiert haben. Unter anderem von Augenzeugen. Aber sein Auftraggeber wollte eine zuverlässige Recherche von einer ihm vertrauten Person. Von jemandem, dem er hundertprozentig vertraut. Weil natürlich viele unglaublich krasse Dinge von Jesus berichtet wurde und von seinen Wundern. Und deshalb hat sich Lukas dann aufgemacht, um nach bestem Wissen und Gewissen alle möglichen Augenzeugen und Zeitgenossen nochmal zu interviewen und zu befragen. Und hat so einen extrem zuverlässigen Bericht angefertigt. Das vierte Evangelium ist das von Johannes. Hier gibt es keine explizite Namensnennung, aber es gibt einen ganz klaren Hinweis. Der Autor bezeichnet sich selbst nicht mit Namen, aber als den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Und er schreibt über diesen Jünger in der dritten Person und dass dieser selbige Jünger dieses Buch geschrieben hat. Und Johannes nennt alle Jünger in seinem Buch mit Namen, außer sich selbst. Und der Jünger Johannes fehlt. Und da wir die Namen aller Jünger aus den anderen Evangelien kennen, kann man den Rückschluss ziehen, dass es sich dann ja wohl nur um Johannes handeln konnte. Also, soviel zu den internen Hinweisen. Jedes Evangelium hat klare interne Hinweise auf die Verfasserschaft. Kommen wir zu den externen Hinweisen. Dazu muss ich nochmal kurz ausholen, nochmal ganz kurz erklären, wer die sogenannten Kirchenväter waren. Diese Kirchenväter, das waren Kirchenvorsteher und Prediger der urchristlichen Kirchengemeinden in den ersten Jahrhunderten nach Christus. Und viele von denen, wenn nicht alle, sind heute zum Beispiel Heilige in der katholischen Kirche. So zum Beispiel Clemens, Papias, Irenaeus und viele andere wichtige Personen. Und die heißen dann dort der heilige Clemens, etc. Aber die haben mit der katholischen Kirche überhaupt nichts am Hut. Ganz einfach aus dem Grund, weil es die katholische Kirche damals noch nicht gab. Und diese Kirchenväter, die überliefern uns ziemlich klares und sehr unverfälschtes Bild in ihren Schriften über die christliche Lehre und die Auslegung zur damaligen Zeit. Und denen ihr Zeugnis, das kann aufgrund der Lebensumstände gar nicht hoch genug bewertet werden. Also ausnahmslos alle Kirchenväter vor Konstantin den Großen, das war jetzt im 4. Jahrhundert nach Christus, die starben den Märtyrertod. Und ich habe es euch ja eben schon erzählt, Christ sein in den ersten fast 400 Jahren nach Jesu Tod war nicht nur illegal, wenn man die Lehre von Jesus angenommen hatte, dann hat man sein Leben und das seiner gesamten Familie auf das Schlimmste in Gefahr gebracht. Und diese Kirchenväter und alle anderen, die das damals durchgemacht hatten, sind also für ihren Glauben, für ihre Lehre in den grausamen Tod gegangen. Welches Zeugnis könnte schwerer wiegen? Diese Leute waren keine Kirchenvorsteher, weil sie gut in der Gesellschaft dastehen wollten oder irgendwelche Vorteile genießen durften. Ja, die haben den allerhöchsten, unvorstellbaren Preis bezahlt dafür, dass sie an Jesus geglaubt haben. Und stellt euch mal vor, wie krass ist das? Wie krass kann man etwas glauben, um dafür die grausamsten Qualen in Kauf zu nehmen? Und die frühesten Kirchenväter, die über die Evangelien geschrieben haben, waren zum Beispiel Papias, Polycarp, Irenaeus oder Klement. Papias war zum Beispiel selbst ein Jünger von Johannes, dem Apostel. Klement war Jünger von Petrus und kannte auch Johannes. Irenaeus war Jünger von Polycarp, der wiederum Jünger war von Johannes. Und alle diese Kirchenväter bestätigen in ihren Schriften und Briefen, die bis heute sehr gut überliefert sind übrigens, die bestätigen alle ohne Ausnahme die Urheberschaft der Evangelien. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, externe Beweise, klar, aber das waren ja alles Christen. Und die wollten ihre Story pushen. Meiner Meinung nach nicht ganz plausibel vor dem Hintergrund der Umstände, die damals geherrscht hatten. Hier ging es nicht um eine fancy neue Ideology, Religion oder so, die gehypt wurde. Ich habe es euch erzählt. Aber selbst Christengegner, wie Zelsus zum Beispiel, der im zweiten Jahrhundert ebenfalls gelebt hat, der bestätigte in seiner Schrift gegen die Christen, also das Buch heißt gegen die Christen, dass die Jünger Jesu die Berichte über das Leben Jesus geschrieben hätten, haben. Also wir können zusammenfassen, dass es weder intern, also in den Büchern, als auch extern, also von Zeitgenossen, irgendwelche Zweifel an der Verfasserschaft der Evangelien gibt. Alle Hinweise deuten darauf hin, dass es so ist, wie es geschrieben steht. Jetzt kommen wir zu der schwierigsten Frage, Nummer drei. Wann war die Abfassungszeit und war das nicht alles viel zu spät, um eine konkrete Darstellung der Ereignisse hinzubekommen? Wenn wir zum Beispiel Wikipedia anstrengen, dann kommt daraus, dass das früheste Evangelium von Markus angeblich um das Jahr 70 verfasst wurde, Matthäus und Lukas so um 80 bis 85 und Johannes nochmal zehn Jahre später. Das bedeutet natürlich, dass nach Jesu Tod, der circa im Jahr 30 gestorben war, vier bis sechs Jahrzehnte schon vergangen waren, was eine ziemlich lange Zeit ist. Und ehrlich gesagt könnte da schon viel dazugedichtet worden sein oder vergessen worden sein. Aber Brent Pitter in seinem Buch The Case for Jesus kommt zu dem Schluss, dass alle Evangelien vor dem Jahr 70 verfasst wurden. Und das erste Evangelium nicht später als 50 nach Christus, eher früher. Woher kommen dann Wikipedia und seine Quellen, also die allgemeine Lehrmeinung, auf die späte Datierung? Und leider ist es hier wieder wie immer, es gibt keinen einzigen Hinweis, wann genau diese Schriften verfasst wurden. Aber wieder werden irgendwelche Behauptungen aufgeschwillen. Und die Begründung der liberalen Textkritiker sieht ganz einfach wie folgt aus. In allen Evangelien wird beschrieben, wie Jesus die Zerstörung Jerusalems und des Tempels vorhersagt. Und da dies im Jahr 70 tatsächlich passiert ist, schließend unsere Schlaumeier, können diese ja erst danach verfasst worden sein, weil woher bitte schön sollen die das gewusst haben, was danach passiert. So nach dem Motto, Profitie ist übernatürlich und weil es das nicht geben kann, muss das schriftliche Verfassen nach dem Jahr 70 passiert worden sein. Aber ehrlich gesagt gibt es damit echte Plausibilitätsprobleme. Wann die Bücher genau verfasst wurden, das weiß keiner, auch nicht Brent Pitter und auch nicht ich. Aber es gibt starke Hinweisungen, sogar echte Beweise, dass sie eben genau vor diesem schlimmen Ereignis im Jahr 70 geschrieben wurden. Ich lese euch erstmal die Prophezeiung vor. Der Kontext sieht so aus, dass die Jünger mit Jesus im jüdischen Tempel in Jerusalem spazieren waren und die Jünger Jesus stolz das Gebäude gezeigt haben. Und diese Stelle wird in allen drei synoptischen Evangelien beschrieben. Das sind Markus, Lukas und Matthäus. Die heißen synoptische Evangelien, weil sie alle drei viele Überschneidungen haben, also von den gleichen Ereignissen berichten. Und ich lese jetzt diese Prophezeiung einfach mal aus dem Markus-Evangelium vor. Kapitel 13, Verse 1 bis 2. Ich lese vor. Als Jesus dann den Tempel verließ, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Meister sie einmal, was für Steine und was für ein Prachtbau ist das? Da antwortete ihm Jesus, ja, jetzt siehst du dieses gewaltige Bauwerk noch stehen. Es wird hier aber kein Stein auf dem anderen stehen bleiben, der nicht niederrissen wird. Lukas steht noch dazu, dass Jesus erzählt, dass Jerusalem bald von Armeen umzingelt sein wird und Matthäus schreibt noch, dass es verbrannt werden wird. Und genau diese Details kommen 40 Jahre, bevor das tatsächlich so geschehen ist. Hier haben wir wieder das, was ich in meinen alten Videos bemängelt habe. Ja, was Wissenschaft heute macht. Steht die Grundannahme, dass etwas Übernatürliches nicht sein darf und dann verbiegt man eher die Realität, anstatt die Annahme über Bord zu werfen. Was eigentlich die richtige Vorgehensweise wäre. Und ich erkläre das hier in diesem Video. Und in einem anderen Video beschreibe ich euch, das verlinke ich jetzt danach, auch, dass der Tempel und Jerusalem zu diesem Zeitpunkt, als Jesus mit den Jüngern den Tempel bestaunte, schon bereits einmal und zwar fast 600 Jahre vorher von dem König Nebukadnezar, das war der König von Babylon, zerstört wurde. Auch mit Feuer und Armeen. Das heißt, wenn Jesus von einer Zerstörung redete, dann handelte sich das nicht um die erste Zerstörung, sondern das war dann die zweite. Denn er war ja schon einmal kaputt. Und diese zweite Zerstörung, die dann ja im Jahr 70 eingetroffen ist, jetzt kommt's, die wurde schon längst von einem anderen Propheten vorhergesagt. Also, Jesus ist nur ein weiterer Prophet, der das zu diesem Zeitpunkt vorhersagte. Und der Prophet, der das schon lange vor Jesus prophezeit hatte, das war Daniel. Erkläre ich in dem gleichen Video, das ich eben verlinkt hatte. Der hatte nach der ersten Zerstörung 587 vor Christus gesagt, dass noch einmal ein Fürst eines aus seiner Sicht zukünftigen Reiches kommen wird und Jerusalem und den Tempel noch einmal dem Erdboden gleich machen wird. Und da kann man leider nicht sagen, dass das Danielbuch erst 70 nach Christus verfasst worden war. Weil in Kumran, am Toten Meer, in verschiedenen Felsenhöhlen hat man Kopien des Danielbuches gefunden, die zweifelsfrei aus dem 2. Jahrhundert vor Christus stammen. Also, wenn ein Prophet das vorhergesagt hat, warum kann ein anderer das nicht dann auch vorhersagen? Oder Jesus könnte sich theoretisch auf Daniel bezogen haben. Und wenn man die Stelle in dem Evangelium, die ich eben vorgelesen habe, wo Jesus die Zerstörung des Tempels voraussagt, weiterliest, ein paar Versen später, bezieht er sich tatsächlich auf dieselbe Textstelle in Daniel. Also, hier will ich nur erklären, dass die Begründung der liberalen Textkritiker, dass die Bücher nach der Zerstörung verfasst worden sein mussten, weil in den Büchern die Zerstörung prophezeit wurde, einfach nicht haltbar ist. Einfach deshalb, weil eine andere Prophezeiung Jahrhunderte vorher dasselbe bereits vorhergesagt hatte. Und ein weiterer Hinweis darauf, dass die Evangelium vor diesem extrem einschneidenden Ergebnis geschrieben wurde, ist der, dass eben in den Evangelien gar nicht berichtet wurde, dass diese Prophezeiung eingetreten ist. Leute, sorry, aber die Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahr 70, das war für die Juden und alle Evangelisten waren Juden, das allerschlimmste Ereignis, das man sich überhaupt vorstellen konnte. Bis heute ist dieser Tag der Zerstörung des Tempels und Jerusalems ein Trauertag bei den Juden. Und an vielen anderen Stellen berichten die Evangelien stolz Dinge, die prophezeit wurden und dass sie dann tatsächlich auch eingetroffen waren und bringen das dann als unterstützende Beweise für ihre Botschaft mit. In der Apostelgeschichte zum Beispiel, das ist das Buch, das in der biblischen Reihenfolge nach dem Evangelien kommt, wird zum Beispiel beschrieben, dass ein Prophet namens Agabus prophezeit hat, dass sich bald eine Hungersnot ereignen würde und Lukas, der Evangelist, der auch Autor der Apostelgeschichte war, weist darauf hin, dass sich genau diese Prophezeiung auch so erfüllt hatte und zwar in den Tagen, des römischen Kaisers Claudius. Und tatsächlich ist diese Hungersnot heute gut belegt. Die fand im Jahr 45 nach Christus statt und wurde beschrieben von Josephus, Tacitus und Eusebius und auch von anderen. Aber hier bei der Tentelzerstörung, dem schlimmsten vorstellbaren Ereignis für die Juden, fehlt hier der Hinweis? Also hätte Lukas nicht genauso in seinem Evangelium schreiben können, nachdem Jesus das prophezeit hatte, sondern nach dem Motto genauso ereignete sich das in den Tagen des Kaisers Titus. Also die Erklärung hierfür ist ganz einfach, warum er das nicht so geschrieben hatte. Weil es zu diesem Zeitpunkt des Verfassens einfach noch nicht passiert war. Und um ganz ehrlich zu sein, machen die Formulierungen in den Texten sogar auch nur so Sinn, wenn sie eben vor dem eigentlichen Ereignis verfasst wurden sind. Ich lese jetzt mal ein Stück aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 21, Verse 20 und 21. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsherren umlagert seht, dann erkennt daran, dass seine Zerstörung nahe bevorsteht. Dann sollen die Gläubigen in Judäa ins Gebirge fliehen und die Bewohner Jerusalems sollen fliehen und die auf dem Lande Wohnenden sollen nicht in die Stadt hineinziehen. Warum sollte Lukas Warnungen für seine Lese aussprechen, dass die Bewohner auf dem Land zum Beispiel nicht in die Stadt hineinziehen sollten, wenn sie von Kriegsherren umlagert sind, wenn die Stadt zu diesem Zeitpunkt des Abfassens schon zerstört war? In Markus und Matthäus steht dahinter sogar noch, dass Jesus noch gesagt habe, sie sollten beten, dass die Flucht nicht im Winter geschehen soll. Warum sollte, warum sollten die Leser für etwas beten, das schon längst geschehen war und die Gefahr ja gar nicht mehr bestand zu dem Zeitpunkt? Ihr seht schon, wenig plausibel, aber es gibt noch einen krassen Punkt. Der Autor des Lukas-Evangeliums, das habe ich eben schon erzählt, war auch der Autor der Apostelgeschichte. Das war der Arzt Lukas und die Apostelgeschichte beginnt Lukas damit, dass er sich wieder an seinen Auftraggeber Theophilus wendet und er nimmt Bezug auf sein Evangelium, das er seinen ersten Bericht nennt, in dem er für Theophilus die Geschichte von Jesus recherchiert und aufgeschrieben habe und dann wissen wir natürlich, dass die Apostelgeschichte Lukas' zweite Bericht war, weil er chronologisch nach dem ersten Bericht verfasst wurde. Und das Interessante ist, neben diesem Anfang, das Ende der Apostelgeschichte, dieses Buch endet nämlich abrupt, quasi mitten in der Geschichte. Ich lese das mal vor, Apostelgeschichte, Kapitel 28. Nach unserer Ankunft in Rom aber übergab der Hauptmann seine Gefangenen, also das waren Paulus und seine Mitarbeiter, auch Lukas, den Befehlshaber der kaiserlichen Leibwache. Paulus aber erhielt die Erlaubnis, mit dem ihn bewachenden Soldaten eine eigene Mietwohnung beziehen zu können. Paulus blieb dann zwei volle Jahre in seiner Mietswohnung und nahm alle auf, die ihn besuchten. Er verkündigte dabei das Reich Gottes und erteilte Belehrung über den Herrn Jesus Christus mit vollem Freimut ungehindert. Also Lukas erzählt, wie der gefangene Paulus mit seiner Gefolgschaft in Rom ankommt, dort zwei Jahre in Hausarrest wohnt und endet das ganze Buch mit dem Wort ungehindert. Und darüber haben sich schon etliche Wissenschaftler den Kopf zerbrochen. Und die Frage ist, warum? Warum endet Lukas die ganze Geschichte mit dem Wort ungehindert? Und die einfachste Antwort wäre, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt sein Buch auf den aktuellsten Stand gebracht hatte. Und das Schöne ist nun, dass man diesen Zeitpunkt sehr genau datieren kann. Denn weiter vorne in der Apostelgeschichte nennt Lukas den Stadthalter in Judäa, der Paulus gefangen genommen hatte. Das war ein gewisser Festus. Und dieser Festus ist in vielen anderen Quellen belegt, zum Beispiel in Josephus. Der hat nämlich unter dem römischen Kaiser Nero in den Jahren 59 bis 62 nach Christus sein Amt innegehabt. Und Nero ist ja sowieso klar, der hat bis zum Jahr 68 geherrscht, weil er sich da das Leben genommen hatte. Wichtig hier, alles vor dem Jahr 70, vor der Zerstörung Jerusalems durch Titus. Und Paulus hatte sich übrigens auch als römischer Bürger auf den Kaiser Nero berufen. Das war der Grund, warum Festus ihn überhaupt nach Rom überstellt hatte. Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Paulus in der schlimmen Christentötungswelle im Jahr 64 von Kaiser Nero umgekommen ist, der nach dem verheerenden Brand in Rom tausende Christen ermorden ließ, um Sündenböcke für sein Volk zu haben. Dass Paulus jedenfalls Rom niemals verlassen hatte und vor dem Jahr 70 getötet wurde, das gilt auf jeden Fall historisch als gesichert. Und jetzt die Frage, warum hat Lukas das nicht berichtet? Warum hat er nicht den Märtyrer tot oder zumindest den Tod von Paulus beschrieben? Rom hört sein Buch plötzlich auf? Nochmal und ganz einfach, er hat im Jahr 62, also zwei Jahre nachdem Paulus nach Rom ausgeliefert worden war, sein Buch auf den aktuellsten Stand aktualisiert. Lukas war ja selbst einer der Gruppe Gefangener, die in Rom ankamen. Er war ja einer von denen, er schrieb ja nach unserer Ankunft in Rom. Und danach hatte er, aus welchen Gründen auch immer, keine Möglichkeit weiterzuschreiben. Wahrscheinlich wurde er ebenfalls getötet oder er ist gestorben, denn er war bereits zu dem Zeitpunkt über 80 Jahre alt. Und ich kann das nochmal an einem aktuellen Beispiel erklären. Ich habe zum Beispiel die Biografie von Elon Musk gelesen, das ist schon 6, 7 Jahre her, und da wurde Elon Musk noch nicht so extrem gehypt wie heute. Ich habe das Buch heute immer noch. Aber wenn ich das jetzt lesen würde, dann steht da nicht drin, dass Elon Musk versucht hat, Twitter zu kaufen. heute wissen wir noch nicht, ob das erfolgreich wird. Zum Zeitpunkt dieses Videodrehs. Aber die Frage ist, hat der Biografie einfach nicht ordentlich gearbeitet? Nein! Ganz einfach zu dem Zeitpunkt, als es fertig war, dieses Buch, dann war das einfach noch nicht passiert. Und die plausibelste Erklärung für das abrupt Ende der Apostelgeschichte ist genau das. Und wenn man jetzt weiß, dass Lukas sein Evangelium aber vor der Apostelgeschichte und dieses Ende der 50er bis Anfang der 60er geschrieben hatte, die Apostelgeschichte, dann ist das Lukas-Evangelium logischerweise in den 50er Jahren nach Christus verfasst worden und zwar spätestens. Und Lukas selbst schreibt, dass die anderen Evangelien und Berichte von Augenzeugen zu diesem Zeitpunkt ja schon existiert haben. Also, das heißt, die müssen dann noch früher abgefasst worden sein, also irgendwann zwischen 30 und 50 nach Christus. Und das, meine lieben Leute, ist verdammt nah am eigenen Geschehen. Nochmal zur Erinnerung, Jesus ist circa im Jahr 30 gekreuzigt worden, plusminus zwei Jahre. Jetzt aber noch der harte Beweis, ganz am Ende, den ich angekündigt hatte. Carsten Peter Thiele, ein Papyrologe und Professor, der an der STH Basel gelehrt hatte und Leiter der Schadensanalyse der Schriftrollen von Qumran war, mittlerweile ist er leider verstorben, hat in den 90er Jahren ein Fragment in Qumran gefunden, das er zweifelsfrei als ein Teil des Markus-Evangeliums identifizieren konnte. Und das Schöne ist, dass man weiß, wann diese Höhlen spätestens versiegelt wurden, und zwar im Jahr 68, als die Siedlungen um diese Höhlen von den Römern erobert wurden. Es gibt also einen ganz klaren Beweis, dass zumindest das Markus-Evangelium bereits existiert und zirkuliert. Und das wird von Wikipedia komplett verschwiegen. Jetzt nochmal kurz zum Thema Zeitablauf bis zum Verfassen dieser Bücher und zum Thema Jünger. Ja, weil man könnte ja sagen, okay, sind die Bücher vielleicht 40 bis 45 nach Christus geschrieben wurden, ist ja immer noch 10 bis 15 Jahre später als Jesu tot. Ja, und wie kann man sicher sein, dass da nicht eine Menge verloren oder dazugekommen war? Also erstmal die Frage, was war überhaupt ein Jünger? Und welche Rolle hatte Jesus in Bezug auf die Jünger? Antwort, die Jünger waren das, was man heute Studenten nennt. Ein Jünger war einfach das alte Wort für Schüler oder Studenten. Und Jesus war der Lehrer. Nur sind die Jünger Jesu, so war das auch bei anderen Lehrern und Jüngern in der Antike, die sind nicht ein paar Mal pro Woche zu Jesus nach Hause gekommen und haben da seinen Vorträgen gelauscht. Nein, die sind Jesus drei Jahre lang gefolgt und zwar auf Schritt und Tritt und haben zu Hause alles aufgegeben, Familien, Freunde, Arbeit, alles und haben Tag und Nacht bei Jesus verweilt. Und damals war das auch nicht so wie heute, wo Gedächtnisleistung von uns ziemlich schwach ist, also für die Prüfung auswendig lernen und danach vergessen. Nein, damals war Gedächtnisleistung Grundlage für Erfolg. Ja, ganz einfach aus dem Grund, weil es schweineteuer war, irgendetwas aufzuschreiben. Und selbst wenn man die Kohle hatte, konnte kaum jemand schreiben. Also man muss jemanden finden, der für sich schreibt. Deshalb war Gedächtnisarbeit Grundvoraussetzung für die Weitergabe von Wissen. Also die Jünger, die haben jeden Tag nicht nur von Jesus direkt gelernt. Jesus hatte die Jünger laut den Berichten in den Evangelien direkt aufgefordert, diese Lehren und Gleichnis auswendig zu lernen. Die Jünger haben über drei Jahre lang die Predigen und Vorträge von Jesus immer wieder mitgehört. Und während Jesus noch gelebt hatte, haben sie schon angefangen, selbst zu predigen. Und jeder Professor weiß, dass wenn er eine Vorlesung viele Jahre immer wieder hält, dann kann er sie irgendwann im Schlaf runterrasseln. Und dazu kommt dann noch, dass Jesus kein trockenes Zeug gefaselt hat, sondern immer in anschaulichen Gleichnissen geredet hat und auch so ziemlich krasse Dinge getan hat, wie Blinde zum Sehen gebracht hat, krasse Dämonen ausgetrieben hat, Tote zum Leben erweckt hat und so weiter. Also ziemlich heftig, was da so Tag ein, Tag aus so alles passiert ist. Vergiss man nicht so einfach. Und dann kommt noch dazu, dass die synoptischen Evangelien dieselben Dinger unabhängig voneinander berichten. Also, ich fasse alles noch einmal kurz zusammen. Die Evangelien wurden nicht anonym verfasst, weil aufgrund der Datenlage ist das unmöglich und macht auch sonst keinen logischen Sinn. Sie wurden genau von den Personen verfasst, die im Text und in der Überschrift behaupten, sie geschrieben zu haben, weil interne und externe Hinweise nur darauf und auf nichts anderes hindeuten. Und drittens, sie wurden mit wenig zeitlichem Abstand von Schülern Jesus verfasst, die drei Jahre lang die Lehren und Taten von Jesus gesehen und studiert haben. Und die Lehren und Taten waren ziemlich krass. Und anschließend haben sie die Dinger über Jahrzehnte gepredigt. Und zusätzlich wurden zwei Investigativjournalisten auf den Job angesetzt. Einer davon explizit im Auftrag eines Dritten. Diese Berichte zu recherchieren und zu verfassen. Also, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich finde, dass das alles viel überzeugender ist als hanebüchenes Zeug, ja, dass man sich zusammen reimt, um die Annahme nicht verwerfen zu müssen. Es gäbe keinen Gott. Alles, was in diesen Berichten steht, ist mehrfach verifiziert, authentisch und wahr. Augenzeugenberichte, Recherchen, Befragungen, unabhängige Berichte. Was wollt ihr mehr? Aber, das überlasse ich wie gesagt euch. Heute sind wir durch. Ich wünsche euch alles Gute. Bitte lasst ein Abo da. Markiert das Glöckchen bitte auch, damit ihr auch einen Hinweis bekommt, wenn ich ein neues Video bringe. Das wäre ganz, ganz toll, weil...